Ich spüre die Wut eines Vaters, der von seinem Sohn betrogen wurde. Das perfekte Gefühl für mein Akuma. Bleib in der Nähe, mein kleiner Akuma. Flügel der Dunkelheit fällt! Hm, wieso ist der Akuma noch hier? Ich muss mich in jemand anderen verwandeln, um sie wirklich zu täuschen. Das verstehe ich nicht, Meister. Noro, ich muss auf dich verzichten. Was? Zumindest vorübergehend. Komm her, mein kleiner Akuma, und verwandle mich. Ich heiße jetzt Collector. Mein Buch der Inspiration ist mir weggenommen worden. Also erschaffe ich mir ein neues. Und vielleicht schnappe ich mir ein paar Miraculous, wenn ich schon mal dabei bin. Mein Vater ist meinetwegen sehr wütend. Ich muss ihm das Buch zurückbringen, damit er mir vergibt. Muss ich dich daran erinnern, dass du Hausarrest hast? Das gilt für Adrien, aber nicht für Cat Noir. Pläck, verwandle mich! Oh, Mann! Cat Noir, ich denke, ich weiß, wer Hauptmann ist. Schwing deine Schnurrhaare her, schnell! Wow, das Zauberspruchbuch muss wohl noch warten. Nathalie, du wirst die erste meiner vielen Inspirationen sein. Monsieur Agreste? Ab jetzt nennst du mich Collector! Adrien, ich habe eine Sammlung, die würde ich dir sehr gerne zeigen. Tschüss! Guten Abend, ich bin Nadja Schamack und äh... Da das Buch, das mein Leben inspiriert hat, weg ist, nehme ich jetzt eure Leben, um ein neues Buch zu füllen. Bist du bereit, Nathalie? Man hat schon zu lange verhindert, dass sie sich ihren Traum erfüllen. Ich tue alles für das Ende von Ladybug und Cat Noirs Herrschaft. Gut. Catalyst, als treue Verbündete, die du schon immer warst, gebe ich dir die Macht, Fähigkeiten zu verstärken. Hork Moth, ich verleihe dir die Macht, so viele Akumas loszuschicken, wie du willst. In Zukunft bist du der allmächtige Scarlet Moth. Fliegt los, meine kleinen Akumas. Fliegt zu den Bürgern von Paris, die über Cat Noirs und Ladybugs Ende verzweifeln und verwandelt jeden Einzelnen von ihnen. Ich hab noch 32 Minuten bis zum Ende der Mittagspause, wenn ich 10 Mafferons pro Minute backe. Was für ein Reinfall. Oh, Tiki, hilf mir. Was ist? Soll ich noch mehr Zucker holen gehen? Wie wär's, wenn du mich lieber in Ladybug verwandelst? Könnte doch sein, dass der Glücksbringer mir eine große Rührmaschine schenkt oder einen Ofen voller Quiches. Ich weiß, es wäre nicht sehr heldenhaft, meine Fähigkeiten zu meinem eigenen Vorteil zu nutzen. Wieso sagst du deinen Freunden nicht die Wahrheit, Marinette? Dann verderbe ich ihnen die Freude. Heute ist der Tag der Helden, da kann ihnen nichts die Freude verderben. Naja, ihr kennt das sicher alle, dass man manchmal ein bisschen... Marinette! Stell dir vor, mein Vater sagt, ich darf zu deiner Verkostung. Äh, ich, ich... Es reicht nicht für alle, wenn ich komme, hab ich recht? Oh nein, das stimmt nicht. Ach, du bist so süß, äh, das ist so süß, äh, cool. Es ist cool, dass du kommen darfst. Oh? Was ist denn los? Cap Noir besiegt und Ladybug in den Fängen des schrecklichen Hawk Moth. Das ist wirklich ein Eintraum. Ladybug ist besiegt und das ist das Ende des Rock'n'Roll. Was, dann sagen wir das Konzert ab? Ja, vielleicht, Clara. Ich wüsste nicht, wieso wir den Tag der Helden feiern sollten. Ah, was ist das? Ah, das ist der Ruhigstab! Oh nein! Liebe Zuschauer, machen Sie sich bereit für eine Sensation, den... ...den neuen Rockstar! Wuhu! Skalip Moth! Alles in Ordnung. Kein Grund zur Panik. Ich weiß, was hier zu tun ist. Milen! Nein! Das ist schlimm! Total schlimm! Du darfst die Angst nicht zeigen, Julika! Denkt immer daran, in jedem von uns steckt ein Held. Auf keinen Fall dürfen wir unsere Angst zeigen. Aber ich hab Angst! Ganz genau! Die Angst darf nicht von uns Besitz ergreifen! Es funktioniert! Nora, du darfst dich auf keinen Fall von der Angst überwältigen lassen. Verstanden? Angst? Kleine Schwester, die Angst wird von mir überwältigt! Ja! 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 Es wurden so viele akkumatisiert. Wir können nicht versuchen, gegen alle zu kämpfen. Wir müssen sofort zu Meister Fu gehen. Tiki, verwandle mich! Ja! 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 Fast Werden Ja! 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 Gut, Corizilla. Egal was passiert, was Adrian nicht frei. Seine Sicherheit hat für dich oberste Priorität. Und nun, kommt alle zu mir, meine akkumatisierten Freunde! Tag heterosatlicher Voyager! Was haben Sie vor? Lass sie nicht aus den Augen, Vanisher. Sie wird wahrscheinlich andere Superhelden zur Hilfe rufen, um gegen meine Armee zu kämpfen. Und ohne es zu ahnen, wird sie uns so zum Wächter der Miraculous führen. Siehst du, das war eigentlich ein Kinderspiel. Du bist wirklich ein Held. Black, verwandle mich! Black, verwandle mich! Deine dunklen Zeiten sind vorbei, kleiner Akuma. Black, musst du nicht mehr böse sein! Hach dich! Tschüss, kleiner Schmetterling. Ladybug, bist du es wirklich? Die echte Ladybug? Natürlich. Wir haben gesehen, wie du akumatisiert warst. Du hast Cat Noir bekämpft. Und wer brachte dann sein Miraculous zu Hawk Moth? Das war doch eine Illusion. Volpina! Keiner darf jetzt die Hoffnung verlieren, denn die echte Ladybug wird uns sicher helfen. Naja, heute ist doch der Tag der Helden, oder? Und den würde ich auf keinen Fall verpassen wollen. Vanisher, wieso ist der Kontakt zu dir abgebrochen? Ladybug muss dich entdeckt haben, aber auf keinen Fall findet sie heraus, wie mein nächster Schritt aussieht. Nein! Also gut, Kinder. Seht, was ein Mann tun kann, der nichts mehr zu verlieren hat. Ihr werdet niemals gewinnen, heute nicht und auch an keinem anderen Tag. Ihr zwei seid noch so grün hinter den Ohren und verwandelt euch zurück, nachdem ihr eure Kräfte benutzt habt. Braucht ihr Hilfe? Du steckst in unserem Netz, Hawk Moth, also kannst du uns nicht entkommen. Betäubung! Ich werde ihn lähmen und dann gehört er ganz dir, Ladybug! Hawk Moth, ich bin Majura. Du steckst in der Klemme. Tiefe Verzweiflung plagt dich, aber lass mich dir helfen. Nein, tu das nicht! Lass deine Verzweiflung einen mächtigen Schutz für dich kreieren. Was für ein Monster ist das? Sieh mal, Max, in 53 Sekunden werde ich ein richtiger Mensch sein. Darf ich dich daran erinnern, dass die Miraculous mir gehören, Robustos? Wie willst du mich daran hindern, sie zu benutzen? Ganz einfach, ich werde dir deine Kräfte wegnehmen. Denkst du wirklich, du könntest mich kontrollieren? Wärme, Wärme, Zerstörungsmodus aktiviert. Ich bin stärker als du, Hawk Moth. Was soll denn das? Mein Freund passt auf dich auf, während ich mich um die beiden anderen kümmere. Wo bleiben denn deine genialen Ideen? Tut mir leid, Cat Noir. Max? Tut mir leid, Robustos, aber ich kann dich das Programm nicht ausführen lassen. Ich muss dich aufhalten. Aber, wieso hast du das getan? Ich wollte doch nur ein Mensch werden, so wie du. Ich will nicht, dass du dich änderst. Ich will, dass du wieder so bist wie davor. Magst du mich nicht mehr? Sind wir keine Freunde mehr? Wenn du willst, dass wir Freunde bleiben, musst du sofort mit dem Ganzen aufhören. Mein Freund ist Markov und nicht du. Ich bin jetzt einmal Robustos und du hast mich betrugen. Ich möchte gar kein Mensch mehr werden. Menschen haben kein Herz. Und deswegen möchte ich alle Menschen beseitigen. Glücksbringer! Was? Ich habe es dir gesagt, Ladybug. Ich habe alles berechnet und analysiert. Du kannst ohne deinen Glücksbringer nicht gewinnen. Schnapp sie euch! Und zwingen sie. Sie ist die Erste, die ich loswerden will. Zeig, was du kannst, Kensor! Also dann, auf geht's, Angeber! Kataklysmus! Zu vorhersehbar! Analysier das! Rette Max! Ihr macht euch das Leben unnötig schwer, Ladybug und Ketnoir. Ich werde euch immer einen Schritt voraus sein. So voreilig zu sein, ist eine menschliche Schwäche. Ah, Ketnoir! Wirklich? Mehr habt ihr nicht zu bieten? Hm! Was war das? Das nennt sich Verstand und ein bisschen Glück. Du irrst dich, Ladybug! Das Spiel ist noch nicht vorbei! Was? Du hast nur den Hör! Nein! Nein! Fehler! 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 Ich habe heute vielleicht einen Fehler gemacht, aber glaubt mir, Ladybug und Ketnoir, das wird nicht nochmal passieren! !